Das ist aber nett. Dankeschön. Okay. Ja! Geil. Dankeschön. Ernsthaft. Oh die shit. Oh die shit. Okay, okay, okay. Ach komm, willst du mich verarschen? Die ist echt schnell. So. Penner. Ist noch jemand hier ohne Fahrschein? Ich war gerade so, ich höre eine Tür, aber das war die, die hinter mir zugegangen ist. Okay. Okay. Ich habe gerade was gehört. Das ist gleich nach Stöckelschuhen. Hoher gegen Stöckelwild. Okay. Vielleicht ist die Waffe doch gar nicht mal so schlecht. Also gerade wenn es um einzelne Gegner geht. Die einfach schnell kaputt gemacht werden müssen. Und die auch nicht zu weit weg sind. Keine Kirchenglocken. Ich brauche gerade das Gehör. Wirklich. Ich muss die Stöckelschuhe ausfindig machen. Decke. Scheiße. Alter, okay. Richtig uncool. Wenn man gerade nachlädt. Ernsthaft. Das heißt, so wie es aussieht, kann ich elf Schüsse schießen, bevor meine Waffe überhitzt. Ich brauche wieder Energie. Okay. Oh, scheiße! Okay, okay. Nein! 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 Ssssss! Haaaah! Shit! Ah, ja! Willig, willig, willig! Ah! Fuck it! Fuck it! Fuck it! Fuck it! Wir nehmen die Stan! Achso, es war die Geschichte richtig! Ja! 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 Ich weiß, ich habe gerade die ganze Zeit die Fresse gehabt, weil ich so gespannt war. Die kriegt mich dann aber auch immer so gut, ne, ey! Unfassbar! Mit 10 Energie weniger als vorher! Und coole Geschichte! Nein, 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 das war schon okay! Wo bist du, Fräulein? Und coole Geschichte! Ja! 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 Hier ist niemand. Wir're under attack! She's... Komm her, Fräulein. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Okay, Nummer eins. Ach, cool, Energie. Oh, gut, 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 gut. So. Okay, hauptsache tot. Hauptsache tot. Das interessiert mich nicht. Pfff. Glaubt eh zu, die Tür. Ich speichere hier erstmal ab. Einmal kurz zwischenspeichern. Alter, Föller. So. Danke, Will. Oh, es kommt raus. Ihr seid doch hier eh überall verstreut. Ihr Kackbratzen. Hier wollte ich jemand vormachen. So. Ah, fuck. Das wär auch zu geil gewesen. Nee, der, 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 der ist. Ja, und zu viel ist gut gewesen, wirklich. Bla, 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 bla. Also es wird auf jeden Fall deutlich, deutlich, deutlich schwerer. Ich bin so froh, ich bin so froh, dass man hier während der Mission speichern kann. Wenn man das nicht könnte, ne, das ist, boah, boah. Wo ist dat? Vielleicht kann man hier schon mal so ein bisschen... So leicht reinscheaten, ne? Das geht nämlich gerne mal nun hier bei der Spielegeneration. Hier zum Beispiel. Habt ihr gesehen? Kann mich jetzt erzählen, dass ich jetzt irgendwas getroffen hab? Wenn ich in Bewegung sag, ist das ja nicht ganz gut, ne? Weil dann treffen die mich auch nicht. Sind zwar auch nicht, aber ist ja nicht schlimm. Ach, ficken! Das ist doch scheiße! Arrrrk! Okay. Ich mach jetzt einfach, einfach Rambo-Taktik. Einfach rein. Hoffentlich klappt das so. Glaub ich zwar nicht, aber ist egal. Ah, ich muss die nur aus ihrer scheiß Deckung rauskriegen. Alter, wie viel die mir abziehen! Hallöchen! Okay, das hat, das hat super funktioniert. Aber die ist doch einfach nicht gestorben, ne? Ich mein, ich hab ja die ganze Zeit auch gemacht. Ich kann auch einfach eine Granate da hinschmeißen, ne? Hm, 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 hm. Ach, links neben mir, die tötet mich dann nämlich die ganze Zeit. Ist das sinnvoll, wenn ich erstmal nach hinten gehe? Ja, fertig hier. Ja. Das sind aber auch Asi-Bräute. Echt, ey. Viel mehr abziehen. Unglaublich. Ich wüsste jetzt sonst nicht, was ich da Sinnvolles machen könnte. Da sieht man den Hauch von einem Kopf schon mal da hinten, ne? Das ist aber auch schon mal ganz gut. Die anderen kommen auch nicht raus. Das find ich auch nett. Das find ich auch nett. Okay, ich bin tot. Es sind vier, vier, vier sind's, okay. Alles klar. Ah, diese Scheiß-Überhitzungskacke. Okay. So, eine lebt, glaub ich, noch. So. Hahaha. Da liebt ja noch eine. Da liebt immer noch. So, meine Fresse. Jetzt könnt ihr mich alle mal kreuzweise und spiralförmig. Okay. Nice, 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 nice. Wie kommen die Waffe da oben hin? Egal. So, geil. Haben wir geschafft. Boah. Sogar ein bisschen Panzerung noch geholt. Auftreten. Oh, geil. Egal, kein Zyklus mehr. Ist mir scheißegal. Wirklich. Ah. Quasi ein Level lang nur mit den Elite-Mädels, ey. Oh, war eine coole Mission. Hat mir gefallen. 29 von 57. Das ist echt traurig. Also, Zyklus hab ich grad gesehen. Ja, wir können eh nix machen. Ja, wie gesagt, ich such da jetzt nicht mehr aktiv nach. Aber wenn mir halt einer über den Weg läuft, ist es schon schön. Ja, mach fertig, komm. Alter. So. Nice. Haben wir aber wieder ein bisschen was geschafft. Mal gucken, ob noch eine Sequenz kommt. Oder? Nein. Oh. Eliminate Helga von Bülow. Und retrieve the dagger of warding for further study. Also, Helga von Bülow eliminieren. Und den Dolch der warding sichern. Bla, bla, bla. Ich schau nochmal kurz rein. Aber wenn es jetzt erstmal... Oh, Entschuldigung. What are you planning now? I'm not planning anything. I'm doing it. I'm getting that dagger. No. You can't do that. You'll break the inner seal. I'm prepared to take that risk. You're prepared. Are you completely mad? Do you realize what will be unleashed? It will make all the rest of this seem like a minor annoyance. Ha! I don't care. I've waited my whole life for an opportunity like this. I'm not turning back now for some cowering bookworm in his pointless fears. Frau von Bülow. I warn you, if you persist in this madness, I will be forced to report your conduct to the SS High Court of Inquiry. Get out of my way, Zempf! Your feeble threats won't stop me. Please, come to your senses. Stop this madness before it is too late. This is your last warning. No, you can't! At last! Oh, shit! Also, wie das klingt, brauche ich sie ja gar nicht mehr zu eliminieren, oder? Klang für mich jetzt zumindest so. So. Ne, komm, wir hören hier jetzt doch auf. Ach, ich brauche gar nicht zu speichern. Ne, dann himm uns das nämlich schön fürs nächste Mal auf. Wo wir dann vielleicht das erste Kapitel dann auch schon mal schließen können. Also, wie gesagt, auch die Damen, also die alten, oder der alte Wolfenstein-Teil, der davor rauskam, Wolfenstein 3D, war auch im, Entschuldigung, im Episodenformat quasi eingeteilt. Das heißt, eine Episode hatte dann, keine Ahnung, 10 Missionen oder so, ne, wo man dann quasi eine kleine abgeschlossene Geschichte hatte, die zwar schon, ähm, den Teil für die Gesamtgeschichte auch hatte, ne, aber das als abgeschlossenes gesehen hatte, weil immerhin, äh, ist die Helga von Bülow, nämlich ja auch hier die, die, äh, Führerin oder die Anführerin dieser ganzen Paranormal-Division, ne, das eigentlich so gesehen schon fast die Chefin ist, ähm, zumindest von dem, von dem wir jetzt wissen. Das heißt, ich gehe mal persönlich davon aus, wenn wir diesen ersten Bereich fertig haben, dass es dann nochmal weitertragender, hochtrabender wird, dass da noch viel mehr hinter steckt, und wir dann im Endeffekt wahrscheinlich zum, ja, zum letztendlichen Oberhaupt der Nazis dann gelangen werden. Freue ich mich schon drauf, muss ich sagen. Weil es wird auf jeden Fall nochmal ein weiter Weg werden. Gut, ja, ähm, dann, erstmal danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wir haben heute einiges geschafft, wir sind heute sehr, sehr oft gestorben, muss man auch dazu sagen. Ähm, aber das ist halt das Gute, dass man halt an Ordnungsstelle immer speichern kann. Äh, macht die Sache auf jeden Fall einfacher und frustfreier. Andererseits die letzte Mission, wenn ich da jetzt nicht in der Mission hätte speichern können, ey, ich hätte gekotzt. Ich hätte echt gekotzt, immer wieder bis dahin hinzuspielen, versuchen zu überleben, und dann beim letzten Bereich, wo wir dann gegen die vier Mädels oder fünf Mädels, wie viele auch immer das waren, gekämpft haben, zu sterben, das wäre sehr unangenehm gewesen. Aber ist echt cool bisher, das Spiel macht fun, kann man nicht anders sagen. Gut, ja, also, auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen, und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal, hier beim Showdown gegen Helga von Bülow wieder. Also, bis dahin, tschüss, tschüss.